jo leute was geht ab willkommen zum video heute trinke ich wasser und salz und muss ja auf jeden fall trinke ich jetzt schreibt es in die kommentare ob es euch gefallen hätte ja dann trinke ich es mal aus ein schluck es mal guter ich trinke es jetzt schreibt es in die kommentare wenn ihr mehr davon haben wollt schreibt es in die kommentare dann sehen wir uns wieder bei meike tv am dienstag haut rein und schau 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 schau